Mein Name ist Annika und die gleich folgenden kraftvollen Affirmationen unterstützen dich bei regelmäßigem Hören dabei, finanziellen Reichtum und Wohlstand zu manifestieren. Das, worauf du dich fokussierst, ziehst du an bzw. hältst du am Leben. Dies ist das Gesetz der Anziehung. Und wenn du dir eine Veränderung in deinem Leben wünschst, richte deinen Geist deshalb täglich voll und ganz auf dein Ziel aus, auf das, was du möchtest. Du wirst spüren, dass dies eine sehr kraftvolle, positive Energie in dir erzeugt. Sollte es dir momentan noch schwerfallen, an deinen Erfolg zu glauben, fokussiere dich auf das Gefühl, das in dir entsteht, wenn du an deinen Wunsch denkst. Dieses positive Gefühl wird auch deinen Glauben nähren und ihn mit der Zeit immer stärker werden lassen. Das Gefühl ist das Wichtigste in diesem Prozess. Mache es dir nun im Sitzen oder Liegen bequem und schließe deine Augen. Lasse für diesen Moment alles los, was du nicht brauchst. Komme mit deiner gesamten Aufmerksamkeit zu dir. Spüre deinen Körper auf der Unterlage. Spüre wie dein Atem fließt. Spüre die unendliche Kraft der Liebe in deiner Brustmitte. Erlaube dir, immer ruhiger, immer entspannter zu werden. Und nun stelle dir vor, dass du dein Ziel bereits jetzt erreicht hast und genauso lebst, wie du es dir vielleicht schon sehr lange gewünscht hast. Löse dich von eventuellen blockierenden Glaubenssätzen und erlaube dir mit Freude und gutem Gewissen deinen Reichtum zu genießen. Sieh dich vor deinem inneren Auge an deinem perfekten Tag, in deinem perfekten Moment. Lebe jetzt dein Traumleben. Alles ist möglich. Nimm wahr, wo du jetzt gerade bist. Nimm wahr, was du siehst und hörst. Nimm wahr, was du gerade tust und ob jemand bei dir ist. Nimm alles mit jeder Faser deines Seins wahr. Spüre und genieße, was du jetzt gerade erlebst. Bleibe weiterhin in diesem Gefühl und wiederhole, verinnerliche und fühle die nun folgenden positiven Affirmationen. Ich erkenne und ergreife meine Chancen. Ich habe den Mut, neue Wege zu gehen. Mit Leichtigkeit manifestiere ich Fülle und Reichtum. Geld verdienen darf Spaß machen. Ich genieße mein Leben in Fülle. Ich erschaffe Wohlstand. Ich erschaffe Wohlstand. Ich liebe es, mit meinem Geld viel Gutes zu tun. Ich bin ein starker Magnet für Reichtum und Überfluss. Es steht mir zu, wohlhabend zu sein. Ich liebe Geld. Ich bin finanziell frei. Ich verwirkliche meine Träume. Von Tag zu Tag werde ich Wohlhabender. Ich weiß, dass Geld Freiheit bedeutet. Mit Geld verschönere ich mein Leben. Mit Geld verschönere ich das Leben anderer. Ich bin die Quelle meines Glückes. Es macht mir Spaß, mein Geld zu verwalten und anzulegen. Ich bin reich. Ich ziehe Geld auf natürliche Weise an. Ich habe eine positive Einstellung zu Geld. Ich habe eine positive Einstellung zu Geld. Ich kann alles erreichen. Ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme. Ich nutze mein Geld weise und sinnvoll. Ich bin offen für grenzenlose Fülle. Ich bin offen für grenzenlose Fülle. Ich bekomme immer mehr Geld in mein Leben. Ich bin erfolgreich. Ich genieße es, viel Geld zu haben. Ich bestimme selbst über meinen Reichtum. Ich bin in der Lage, mit großen Geldsummen umzugehen. Geld strömt mit Leichtigkeit in mein Leben. Geld erweitert meine Möglichkeiten. Mein Reichtum ist der Ausdruck meiner inneren Fülle. Meine Einnahmen sind immer größer als meine Ausgaben. Ich bin so dankbar für all mein Geld. Ich bin offen für alle Reichtümer dieses Lebens. Je mehr ich gebe, desto mehr empfange ich. Ich fokussiere mich täglich auf Reichtum und Wohlstand. Ich bin es wert, mein Leben zu leben. Nun nimm hier noch einen tiefen und wohltuenden Atemzug. Fühle wieder die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Recke und strecke dich einmal ausgiebig und genüsslich. Und dann öffne langsam wieder deine Augen. Alles Liebe für dich. Namaste Deine Annika Ich bin es wert, mein Leben zu leben. Ich bin es wert, mein Leben zu sein. Ich bin es wert, mein Leben zu leben.